Nach den kalten und dunklen Wintermonaten freuen sich alle auf die Vorboten des Frühlings, die Frühblüher. Mit ihnen erwacht die Natur im Frühling. Schlüsselblumen, Pfeilchen, Gänseblümchen und auch den Löwenzahn können wir auf den Wiesen sehen. Nicht nur die Blumen, sondern auch Bäume blühen in den schönsten Farben. Zu den Frühlingsmonaten gehören März, April und Mai. Bäume und Sträucher werden wieder grün. Du kannst dies an den kleinen Knospen erkennen. Aus diesen wachsen grüne Blätter. Auch an den Hecken und Sträuchern sind diese nun schon gut zu sehen. Dass die Natur im Frühling erwacht, hörst du gut am morgendlichen Gezwitscher der Vögel. Besonders die Männchen singen so laut. Sie möchten damit nämlich den Weibchen gut gefallen. Sie bereiten sich auf die Brutzeit vor und fliegen eifrig hin zu ihren Nestern, rein geht's und wieder raus, um neues Material zu suchen. Aber auch Käfer und andere Insekten kommen mit den warmen Frühlingstemperaturen wieder an die Oberfläche. Auch Raupen und Würmer werden wieder aktiv. Der Frühling Die Natur erwacht und verändert sich. Die Naturwärm Vielen Dank.